Hey, ho Freunde, wir können wieder zurück zu einer neuen Folge Ripple Minigames und heute spielen wir neue Minigames und wir spielen jetzt Farbe-Oberung mit der Easy zusammen. Yeah, hallo. Verwandle die grauen Blöcke in deine Teamfarbe, indem du sie trittst oder deine Spritzgranaten benutzt. Das Team mit der größten Kartenabdeckung am Ende gewinnt. Okay, dann werde ich mir jetzt mal eine Faster Grenade holen. So, und dann kann ich hier vielleicht ein bisschen tricksen. Okay, los geht's. Okay, ich bin rot unter du. Ich bin blau. Ah, das ist so wie so ein Teamspiel. Okay, jetzt müssen wir so viel wie möglich an Granaten wechseln. Wir können, glaube ich, durchs Laufen und durch die Granate an sich. Ach, du bist rot, da bist du ja, Easy. Ja, ich färb mich halt rum. Ich färb hier deine Sachen mal um. Ah, ha, 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 ha. So, mein blauer Typ ist nämlich auch bei uns. Und wir laufen dir jetzt einfach mal hinterher, damit du hier einfach mal nichts mehr einfärben kannst. Oh, wenn ihr euch beide auf mich konzentriert, dann habt ihr ein Problem. Also, ich finde, die blaue Fläche sieht schon auf jeden Fall ganz krud aus. Oh, Easy. Das sieht ja ganz schön blau für dich aus, so du dich... Oh, okay, okay, okay. Da kommen Leute durch, da kommen Leute durch. Alright, okay, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Aber ich finde, blau macht schon einen guten Job gerade. Oh, Junge. Ah ja, guck mal, guck mal, guck mal. Alter, das ist gar nicht mal so einfach, das hier alles so zu machen, ne? So, ich glaube, ich werfe noch da vielleicht eine Granate hin. So, 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 so. Oh, ein bisschen hier was einnehmen, einfach mal. Oh, Junge. Gibt es eigentlich noch eine Farbe außer Rot und Blau? Äh, nein. Eigentlich nicht. Okay, nur Rot und Blau, ne? Ist ja voll cool gewesen. Easy, geh weg. Ist meine Farbe. Du darfst nicht hingehen. Okay, noch 19 Sekunden, ne? Ja, komm schon, der Eimer, der schafft das. Oh, hier habe ich eine richtig gute rote Fläche. Boom, alles blau gemacht. Oh, ja, so wie es aussieht, sieht es ja aber ganz schön blau für euch aus. Easy, wo sind die roten Felder? Ja, das ist halt richtig blau, oh mein Gott, nein. Oh, yeah, Artzeichen verdient. Malen für den Lebensunterhalt. Okay, das war unser erster Win in den Ripple Minigames. Oh, ich winke da gerade mit so einem Eimer. Oh, und ich habe, oh mein Gott, ich bin sogar fast erster geworden. Der Gamehack ist noch ein Punkt über mir gewesen. Oh, heftig. Übelst crazy. Und du, Izzy? Oh, Niederlage. Niederlage. Komm, beim nächsten Spiel zeigst du es mir jetzt. Ähm, was? Wir sind jetzt einfach gerade gestorben. What? Ja, ich auch. Also, wir können uns jetzt, glaube ich, hier vorne erscheint das nächste Abstimmungs-Minigame. Und dann können wir zwischen den drei Dingern, die jetzt, also zwischen den drei Plattformen, wo wir jetzt die Minispiele sehen, können wir aussuchen, was wir spielen wollen. Oh. Geischmelze, König des Hügels oder Vierecken-Ultra? Logisch gehen alle auf Vierecken-Ultra, so gehe ich auch drauf. Mal gucken, was Vierecken-Ultra ist. Oh mein Gott. Ah, du bist auf dieses Königsspiel angegangen, ne? Ja, das ist cool, das kenne ich. Okay. Dann lass mal. Okay, okay, okay. Movespeed. Einfach mal gekauft. Okay. Ein Spieler wird ausgewählt, um die Blöcke auszuwählen, die fallen gelassen werden sollen. Jeder Spieler, der erwischt wird, tritt dem Team bei, das gewartet hat, welcher Block als nächstes fällt. Überlebe, solange du kannst. Ah. Okay. Okay, ich hab mir so Turboschuhe gekauft und ich kann ein bisschen schneller rennen. Okay. In welchem Team bin ich? Also, ich bin in Rot. Es gibt keine Teams. Ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Also, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier drin. Ja, und er wählt gleich einen Block aus, der fällt eine Farbe. Ah. Oh mein Gott. Hä? Ach so, ach so. Aber wer darf auswählen? Grün ist gefallen. Wer darf eigentlich auswählen? Irgendjemand halt. Irgendjemand darf einfach so auswählen. Alles klar. Okay, dann geh ich jetzt mal auf gelb. Aber warum gehen da hinten alle auf grün? Ja, weil die denken, dass er nicht nochmal grün nimmt. Wer verlust sich, wenn das doch tut. Ich bin einfach runtergefallen. Nein, oh Mann. Alter, nein. Wirklich? Blau ist gefallen. Blau ist gefallen. Blau ist gefallen. Oh, ich bin jetzt auf einem anderen Level irgendwie. Ach so. Ach, ich bin jetzt bei den Typen, die auswählen. Echt? Was nimmt der für eine Farbe? Sag es mir. Sag es mir. Ich könnte dir das eigentlich sagen. Eigentlich schon. Ja, komm on. Sag es. Also, es ist einstimmig. Es ist blau. Nein. Seid ihr alle auf blau? Nein, wir sind alle auf blau gewesen. Nein. Wir waren gerade voll auf blau. Oh, das ist so mies. Oh, ja, jetzt sind alle tot. Nur eine Person hat überlebt. Eine Person hat überlebt? Oh, mein Gott. Nur eine Person. Ich weiß nicht, warum es überhaupt noch weitergeht. Es war halt echt nur noch einer am Leben. Man kann auch irgendwie auf den weißen Block denken. Ach, der letzte steht auch gerade auf blau. Ich glaube, das war sogar der allerletzte. Ich glaube, damit sind, glaube ich, alle gefallen. Könnte es sein? Oder lebt noch jemand? Nein, angeblich lebt noch einer. Okay, dann müssen wir jetzt. Lass mal grün nehmen oder so. Der ist bestimmt auf grün gegangen. Oh, Junge. Das wird jetzt bestimmt richtig schlimm werden für den. Der spielt da bestimmt gerade komplett alleine. Nee, auf grün ist niemand. Da ist keiner mehr. Da ist da gar keiner mehr? Ja, da spielt keiner mehr. Also, bei mir wird rechts noch ein Spieler angezeigt. Rechts siehst du? Ja. Ja, stimmt. Aber wer ist das vielleicht? Das Mädchen, das hier oben steht? Ich weiß nicht. Wir müssen die irgendwie erwischen. Also, ich glaube, entweder blau oder gelb. Irgendwo wird sie wahrscheinlich schon stehen. Also, ich gehe jetzt mal auf gelb. Vielleicht wird es gelb. Und? Nee, auf gelb war sie auch nicht. Oh Mann, die inflieht uns die ganze Zeit. Wir können sie gar nicht sehen. Ah, Mist. Vielleicht ist sie die ganze Zeit auf rot. Und wir haben rot noch nie gemacht. Wetten, die ist auf rot. Oh, meinst du? Ich glaube bestimmt. Ich gehe jetzt mal auf rot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Drei, zwei, eins. Und? Komm schon. War sie auf rot? Ja, sie ist auf rot. Wir haben sie. Ja, ich habe es doch gesagt. Die war die ganze Zeit auf rot. Die war die ganze Zeit auf rot. Finish. Wann es? Jetzt. Guck, das war nicht die letzte. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Ripple Minigames. Das war ein cooles Minigame. Und ich bin Platz. Oh, ich bin Platz sechster geworden. Oh, sogar hinter mir. Oh Mann, also. So 34 Punkte. Das war gar nicht mal so gut. Oh, Junge. Okay. Mal gucken, was als nächstes kommt. Hier kann man übrigens auch Level aufsteigen. Das heißt, wenn man 1000 Experiences oder sowas bekommt, dann kann man aufsteigen. Und am Ende der Runde stört man immer. Das ist so witzig eigentlich. So. Was kriegen wir als nächstes Minigame ausgeteilt? Das Coole ist, man kann hier diese ganzen Wege immer fahren. Das ist so richtig cool. Ja, das ist richtig toll. Oh, man kann sich hier auch Haustiere kaufen. Eine LOL Orange. Ich will eine LOL Orange haben. Wie viel kostet die? Für 1500 Euro. Oh, das Trampolin ist richtig cool. Äh, gehe zum Voting. Juwelen. Was? Das Trampolin? Wo ist das? Ja, das ist mega nice. Wir haben aber den Bombenkampf jetzt ausgewählt. Oh, oh. Okay. Short Bomb Fuse hole ich mir. Okay. Und Move Speed hole ich mir auch. Ich hole mir einfach jede Runde immer diese Perks für die Robux. Okay. Wirf Zeitbomben auf deine Gegner. Und wenn die Explosion richtig ist, einfach werfen. Oh, Junge. Das wird heftig. Okay. Ich habe eine Bombe. Ich habe eine Bombe. Okay, okay, okay. Izzy, wie wirft man das? Äh. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das kann ganz schön heftig werden. Die Map ist ganz schön dunkel. Man sieht kaum die Bomben. Ich weiß nicht mehr, auf wen ich werfen soll. Ach so. Du musst festhalten. Dann kannst du die Bombe werfen. Ja, ja. Ah. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Eins, zwei und alle. Hopp. Ja, ich habe einen getroffen. Was? Eins, zwei und alle. Hopp. Oh, ich habe gerade drei Leute gleichzeitig getroffen. Eins, zwei und alle. Hopp. Oh mein Gott. Oh, da sind sogar Leute schon tot. Zwei und eins und alle. Hopp. Boom. Okay. Und warte. Eins, zwei und alle. Hopp. Und zack, ich habe eine getötet. Ah, da sehe ich jemanden, der nennt sich Easy Cheesy. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Izzy, ich habe dich fast getroffen. Und alle. Hopp. Oh, Izzy ist gestorben. Oh nein. Oh mein Gott. Das war ja was anderes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde ja gerade voll bombardiert. Oh, oh. Nein, ich bin gestorben, Izzy. Nein. Ich habe drei Kills gemacht gerade. Drei Stück. Oh, jung. Ey, ich kann ja weiterspielen. Das ist ja mega cool. Oh Gott, aber meine Perks sind weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, okay, okay. Man muss sich eigentlich nur so eine kleine Ecke oder sowas besorgen. Okay, so. Okay, okay, okay. Wie viele Kills hast du, Izzy? Ich glaube, einen. Einen? Ja. Okay, okay, okay. Ich bin bei fünf. Oh. Okay, okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Der eine ist einfach in die Lava gerannt in der Mitte und ist gestorben. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Der eine ist in die Lava geworfen? Er ist in die Lava gelaufen, ja. Okay, warte. Oh. Oh Gott. Ich habe gerade meine Bombe so lange gehalten. Die ist fast in meiner Hand explodiert, Izzy. Oh nein. Okay. Ich habe gerade jemanden wieder anders. Alter, drei auf einmal. Krass. Oh. Oh Gott. Ich habe gerade vorhin auch drei Leuten auf einmal so Damage gemacht. Das ist ein volles coole Gefühl, gell? Ja. Ah. Okay, 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 okay. Und alle, hopp. Oh mein Gott. Ah. Alter, da ist einer, der hat so richtig auf mich abgesehen, ey. Oh nein. Izzy, der will mich unbedingt haben. Ja. Wir haben noch zehn Sekunden. Ich habe ihn getroffen. Ja, ich habe einen geholt. Ich habe einen geholt. Und warte, die hier muss ich nach da werfen. Ja, ja, die bleibt stehen. Und getroffen, oder? Ne, doch nicht. Viel zu... Ja, okay, okay. Ich glaube, ich bin erster. Ich glaube, ich bin erster. Ich glaube, ich bin erster. Meinst du? Bitte, bitte, mach mich erster. Bitte, bitte, bitte. Ja, oder? Ja, bin ich. Alter. Oh mein Gott. Als ob du 200 Punkte hast, ey. Das ist heftig, ne? 206 Punkte habe ich. Du hast sechs gehabt wahrscheinlich. Okay, ich habe vier. Nice. Aber warum habe ich dann 200? Ich glaube, weil ich Erster einfach bin, oder? Oh yeah. Sechs Kills habe ich gehabt mit den Bomben gerade eben. Richtig gut. Ich habe nämlich einen Gruppenkill oder sowas gehabt. Das war ganz schön heftig gerade. Und ja, ich würde mal sagen, das waren die Ripple Minigames. Wir hoffen auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Falls ihr mehr von diesen Minigames sehen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war das Bomben-Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und das war Ripple Minigames. Ciao. Ciao.